Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breitaufformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt im Raum, Keiter. Jodl, Krips und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sondern er ist es. Die gesamte Generalität ist ein Haufen niederprechtiger Treue unserer Feindlinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich bin Feindlinge, Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, nur um zu lachen, wenn man Messergabel hält. Jahrelang, dass das mir die Firmation nur behindert. Es hat mich gegen nur ein spektiklisches Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von da an alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Alle Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Trick ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, erfen Sie sich gewaltig. Er jagt mich wie eine Kugel nicht den Kopf. Dann hier ein bellsen Siebt davor. Du bist das bei Ihnen. Du bist du aus. Du bist du auf der Sacheland-G Jakob-K-K Riley EPA- 2007. Vielen Dank.